herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die metal galaxy box von baby metal alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung metal galaxy von baby metal das ganze aus dem jahr 2019 wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich rock jawohl es ist das dritte album von baby metal wir haben hier eine kleine kompakte schwarze box hier haben wir ein cover das aus dem weltall stammen dürfte also sieht so aus wie eventuell ein schwarzes loch oder so ein portal das sich hier gerade auftut und dann haben wir hier den schriftzug baby metal also den band namen auf den seiten rund um komplett in einem hochglanz schwarz gehalten und auf der unterseite spannenderweise im querformat also so versetzt zum cover haben wir die infos zu dieser box wir haben einerseits mal die tracklist 14 tracks an der zahl mit diversen features dann lesen wir hier noch limited box set inklusive cd und t shirt size l dann hier aus welchen personen sich baby metal zusammensetzt von denen das ganze produziert wurde dann die labels das ganze ist erschienen über ihr music beteiligte und barcode gut dann würde ich sagen schauen wir mal rein also das hier unten ist übrigens nur so aufgeklebt genau so der box deckel ist abnehmbar von innen in schwarz und dann kommen uns als erstes schon das album entgegen so sieht das aus und als zweiten inhalt haben wir hier noch ein shirt so auch hier in schwarz dann packen wir den deckel wieder drauf und starten wir immer direkt mit dem album an sich das cover ident wie auch schon das box cover das album kommt hier in einem regulären tool case so sieht das aus baby metal metal galaxy ear music und die katalog nummer und auf der rückseite haben wir auch hier wieder die tracklist 14 stück an der zahl sieht so aus als würden hier so kometen oder ja wie so fäden hier runter laufen dann die beteiligten barcode das kennen wir schon vom box boden und dann schauen wir mal rein so wir haben hier ein booklet recht dünn es sind nur diese beiden seiten einerseits die tracklist und dann haben wir hier noch die infos zu den produzenten zu den beteiligten und hier sieht es so aus als würden irgendwie zwei himmelskörper eventuell zwei planeten miteinander kollidieren also so feuer ein feuer planet und ein wasser- oder eisplanet und auf der rückseite gibt es noch mal die infos zur band baby metal jawohl also ein sehr minimalistisches booklet dann kommen wir zu zudem so sieht die aus baby metal metal galaxy lesen wir auch hier wieder und hier gibt es dann auch mal so ein ja in meinen augen ist es doch eher so ein schwarzes loch gut das war's zum album wir kommen zum nächsten boxinhalt und zwar dem shirt wir haben hier ein schwarzes shirt und auf der brust auch hier wieder das cover drauf also der band name mit diesem spektakel hier aus dem weltraum ansonsten bis auf diesen aufdruck hier auf der brust wirklich komplett in schwarz gehalten also kein neck print oder irgendwas hier hinten drauf und die haben es zu tun bei diesem shirt mit einem gilden soft style in der größe l das ganze ist 100% baumwolle und made in bangladesch grüße gehen raus size l war in allen boxen gleich also es gab da keine größen zur auswahl war in allen boxen ident wir packen das shirt wieder zusammen und zum abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen was sich alles in dieser box befindet einmal eben gezeigte t shirt in der größe l und natürlich das album an sich metal galaxy mit insgesamt 14 tracks jawohl das alles in dieser wunderbaren box metal galaxy von baby metal mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr baby metal unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf